Das Urtal lädt mit seiner idyllischen Landschaft zum Wandern ein. Ganz nebenbei kann man auch kulturell einiges entdecken. Am Weg zwischen den kleinen Grenzorten Welchenhausen und Stuppach stehen 30 Kunst- und Kulturobjekte, auf deutscher und belgischer Seite. Am Wochenende wurde das jüngste Werk eingeweiht, der Stammtisch. Das Werk besteht aus drei langen Baumstämmen, als Symbol für die drei Länder Belgien, Luxemburg und Deutschland. Aber vor allem als Symbol für deren Verbundenheit. Vor allem die Gemeinschaft, die hier gepflegt wird. Das war ein Projekt, was ich entworfen habe, ganz speziell für diese Gemeinschaft. Für das Dorf, für den Museumsverein, Wartehalle und eben dieses überregionale Gemeinschaftsleben, das hier stattfindet. Gemeinschaft wird im 28 Seelendorf Welchenhausen großgeschrieben. Mithilfe praktisch aller Dorfbewohner entstand 2002 aus einem Buswartehäuschen ein acht Quadratmeter kleines Museum. Nach und nach entwickelte sich dann das Projekt Kulturtalstraße. Das Projekt ist entstanden dadurch, dass immer wieder Bildhauer, die bei uns im Museum ausgestellt haben oder auf dem Gelände rund um das Museum uns Skulpturen überlassen haben und Skulpturen hier gelassen haben oder Fotografen Großbannerfotos uns geschenkt haben, diese ausgestellt haben. Und die wurden dann an der Straße entlang der Uhr aufgestellt, nach und nach. Und so entstand eine Sammlung von Kunstwerken, zeitgenössischen Kunstwerken. Auf dem zweieinhalb Kilometer langen Weg können Passanten moderne Kunstobjekte, aber auch historische Werke entdecken, wie die 300 Jahre alte Kapelle und andere religiöse Monumente. Meine Großmutter lebte in Lützkampen und hat eine Schneiderlehre gemacht in Burg Reuland, heute in Belgien. Und die ist jeden Morgen zu Fuß dahin gegangen und abends wieder zurück. Und an jedem Wegkreuz wurde kurz hingekniet, ein Kreuz gemacht oder gebetet und dann ging es weiter. Die hatten für diese tiefreligiösen Menschen hier in der Eifel eine echte Bedeutung. Heute ist die Welt säkularisiert. Nun soll die Kunst die Funktion der Wegkreuze übernehmen. Leute verharren, bleiben stehen, setzen sich damit auseinander, machen eine kurze Pause. Wie auch Besucher, Touristen wie Einheimische in dieses Acht-Quadratmeter-Museum gehen, so wie vor 100 Jahren die Leute in eine Kapelle gegangen sind. Rund um die Uhr ist das Museum in Welchenhausen für Besucher geöffnet. Wir haben im Museum immer ein Gästebuch ausliegen. Und im Gästebuch haben wir eine ganze Reihe Einträge von Leuten, die aus dem Rheinland, in Deutschland zum Beispiel, gezielt hierher kommen, um sich eine Kunstausstellung in einem Acht-Quadratmeter-Museum anzugucken, ein paar Kunstwerke auf der Museumswiese und hier entlang der Straße und dann wieder zurückfahren, fahren, einen Ausflug machen. Also aus diesem Kuriosum, Wachterhalle, ist eigentlich eine richtige Institution geworden mittlerweile. Nächstes Jahr wird der Museumsverein den Kulturweg verlängern. 2019 werden wir hier in Welchenhausen ein Bildhauer-Symposium veranstalten. Acht Bildhauer werden hier vor Ort arbeiten und diese Skulpturen hier im Urteil belassen. Und dann wird es einen Skulpturenweg geben, der in Luxemburg am Dreiländereck anfängt und über Welchenhausen bis zum belgischen Stubbach reicht, also alle drei Länder verbindet. Das Projekt Kulturthalstraße beweist, die Kunst kennt keine Grenzen.